hallo meine lieben hallo youtube ja willkommen zu einem neuen video von mir und schön dass ihr wieder mit dabei seid ich habe hier ein mystery ein mystery bild von amazon habe ich gestern um ja gegen 22 uhr bestellt und es war heute morgen schon in meinem briefkasten also das war der wahnsinn wie schnell das da war ja die tenner the real car me nein andersrum tenner the real me car von dem kanal dass die hat zwei bilder angebot gestern und da habe ich gedacht ja das werde ich auch machen da habe ich auch lust drauf ein mystery bild ich hoffe man erkennt es nicht und ich hoffe dass da ein schöner stift mit bei ist also da sollte eigentlich ein stift mit bei sein ich weiß noch nicht welche farbe mal gucken ich bin ultra gespannt ich hoffe dass ich es nicht erkenne und wenn ihr es wisst dann schreibt es bitte nicht in die kommentare weil ich möchte mich nicht spoilern lassen das wäre schön wenn ihr nichts in die kommentare schreibt dazu es sei denn ich erkenne es jetzt natürlich auch also ich habe schon mal aufgeschnitten das ganze mal raus und ein grüner stift gucken ob hier noch was drin ist ich denke nicht genau dann haben wir hier einmal den stift mit mehrfach aufsetzern aber es sind leider so breite aufsetzer mit denen kann ich nicht so gut arbeiten aber auf den stift da freue ich mich sehr drüber auch wenn es grün ist grün ist nicht so meine lieblingsfarbe aber trotzdem ich habe noch keinen grünen stift also ja und jetzt kommen wir zum bild und bisher erkenne ich gar nichts ich bin gespannt sind eckige steine man konnte da auf der seite auswählen zwischen rund und eckig und ich habe mich für eckig entschieden so wo ist denn jetzt hier das zum aufmachen okay dann packen wir das mal aus ich erkenne es leider schon ein panda bär in sonnen netz das ist ja auch süß und wieder ganz viele grüne steine ja ja aber sie sind in siebtüten und ja hier ist noch ein frückel mit bei also noch ein normales frückel also noch ein frückel so auch wenn der stift jetzt hier mit bei ist aber das ist ja könnten ja gut da ist natürlich keine kein schiffchen und kein wachs mit drin also für ich das gut dass sie das noch mit reingetan haben ja das sind die steine sind acryl steine ja aber das bild ist ganz süß ja natürlich gerne muss mehr gehabt bin also schöner gefunden wenn wenn das nicht zu erkennen gewesen wäre aber das ist trotzdem das ist trotzdem ganz süß vielleicht bestelle ich noch eins bei der firma mal gucken ja ich stelle ich gleich noch eins dann müsste das ja morgen auch wieder da sein mal gucken ja ich hoffe dann ist nicht das gleiche bild drin das wäre blöd aber dann kann ich das ja auch noch verschenken oder so ja ich schreibe mal in die kommentare ob ihr das süß findet das bild ich finde es schon sehr süß gucken was so das kann man jetzt nicht so gut sehen ja das bild ist 35 x 45 cm groß das heißt es müsste jetzt ja eigentlich 30 x 40 sein die klebefläche das bild ist also die das bild ist die zu beklebende fläche ist 30 x 40 genau ja schreibt es gerne in die kommentare wie ihr das bild findet spiegelt natürlich jetzt ein bisschen so das ist jetzt der zweite tag beziehungsweise zwei tage später eher gesagt und ich habe jetzt noch eine andere anderes müsste wie bild und das wollen wir jetzt gemeinsam auspacken ja britchett machen wir das ganze mal auf ich bin total gespannt bitte lasst mir das nicht erkennen doch man erkennt aber ich finde es total schön wenn es jetzt das ist was ich mir was ich denke was es ist und wir sind ab steine mit drei da die rosa nennen könnte richtig cool aussehen hier mit diesen mit diesen rahmen hier mit diesen nennt sich das ja so ich heiße wie es man es nennt gerade dann sieht das hier aus wie so ein haus mit einem mit mit einem herz und einem stern und kerzen beziehungsweise hier ja das ist das ein busch oder auch kerzen wo die gute rauch so hoch steigt ich habe keine ahnung okay also man sieht zwar was aber ich kann trotzdem nicht erkennen was es ist ja also das ist schon mal gut ja wie gesagt steine sehen auch super aus runde steine hier sind die apis wird das ap stein ja was soll ich sagen ja ich hoffe man erkennt also ich bin gespannt wie es aussieht wenn es fertig ist ja okay und ja damit schwenke ich wieder rüber zum anderen video ja schreibt gerne in die kommentare ob ihr das süß wird oder nicht und ja damit wünsche ich euch noch einen schönen tag und schaut mal bei der tenner vorbei tenner the real me car heißt sie vielleicht schreibt sie auch hier auch in die kommentare dann werdet ihr könnt ihr auch gerne auf ihrem kanal vorbeischauen meine katze möchte auch noch was sagen bridget ne doch nicht wollte doch nicht sagen sie das interessiert an einer tüte und sie liebt plastik bridget hör auf kein plastik essen ja okay manchmal muss ich ein bisschen meckern mit ihr wenn sie plastik fressen will genau ich habe euch lieb und seid schön kreativ aber immer mit der ruhe und nicht hetzen lassen es ist nur ein hobby sage ich jetzt oft weil ich lasse mich nämlich manchmal sehr gerne hetzen deswegen sage ich das auch immer so ja okay damit sage ich dann bye bye bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal